hallo und herzlich willkommen bei Welt.Gamble ich bin euch wieder auf die Jagd nach dem Digit und heute ist das spiel Westgame das müssen wir kurz installieren also eine Minute wartet bis gleich so dann starten wir mal das spiel das ist ein Platz und schauen was da passiert ich brauche eine Tachette so Bone, bone, bone. Bone, bone. Bone, bone, bone. Bone, bone, bone. Okay, also es ist ein Aufbauspiel. Man muss eine Stadt aufbauen. Ein Casino. Spielen. Ich habe hier nicht aufgepasst. Ah, okay. Suche diese Karte. Oh. Ich muss mal weitreten. Also immer da drauf drücken, wo los steht. Hinbauen. Gratis ausbauen. Steinbruch. Steinbruch. Die Miene. Ein Lagerhaus. Gratis. Ich möchte gerne sehen, wie das ist. Um Gegner anzugreifen. Die Miene. Erstmal alles drauf, was es geht. Eine Schmiede jetzt. Upgrade, cut this. Upgrade, cut this. Jetzt brauche ich eine Mauer, steht da. Achso, das ist dafür gewesen. Warte mal, da ging es raus. Ne, geht nicht. Also, ich fahre gerade auf Gegenstände, oder? Wollen. Ah, nee. Gut. Die Queste. Ich löse, ich löse, ich löse. Tägliche Quests. Allianz. VIP. Ich löse, ich löse, ich löse, ich löse, ich löse. Boni. Ich löse, ich löse, ich löse. Boni. Allianz. Ich bin zwar jetzt so fertig, aber Traken. Meine Skills, Angriff der Truppen, zuweisen, zuweisen. Da steht noch eine 4. Ach so, das sind die 4, die laufen. Aha. Ah, das ist auch wieder sowas. Man baut eine Stadt auf, holt sich Reserves, hier wahrscheinlich Stein, hier ist ein Feld, hier ist eine andere Stadt. Ach, Banditon sind das, ja. Naid. Naid. Ich würde sagen, ich bin für heute erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Es ist noch mein Dinges abholen. Mein Ticket. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin.